So, ich geh mal kurz in den Meditationsmodus. Ne, ich hab das Rezept nicht. Warteufels-Buffest haben wir. Ich brauch auf jeden Fall Mungo-Trank. Und der wird auch Mungo heißen, hoffe ich. Nicht, dass er Dachs heißt. Ich hoffe nicht, dass er Dachs heißt. Öh. Ach, das ist Triss gewesen wahrscheinlich. Triss, du hättest ja dann... Auf den Bolze starren, macht mich kirre. Ne, da unten ist ja Triss. Triss, was ist da los? Ich hab's doch gerade noch gesehen. Ist das blöd? Verwunderlich. Du, du, du. Du, du, du. Lass mal kurz ein Stück zur Seite gehen. So, jetzt. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Ich muss das ausprobieren. Ich hoffe, es ist Teufels-Buffest. Ich treffe mich damit nicht selber, ist das Problem. Ich muss vielleicht gegen eine Hauswand werfen. Bestimmtes Tor oder so, da sind, glaube ich, keine Leute. Hier haben nämlich überall Leute. Hier hat das geklappt. Das ist nichts Neues bei, ne? Gut, wie vergiften wir den Wald jetzt damit? Ne, ich muss es gleich nochmal googeln. Ich probiere es jetzt noch einmal und wenn nicht, ist Pech. Wo könnten wir uns denn noch vergiften? Wir haben Stein vielleicht. Ach, scheiße, jetzt habe ich ein Stilett geworden. Ich habe mich auf jeden Fall nicht selber vergiftet. Das sehe ich doch. Einen Versuch gebe ich der Sache noch, aber diesmal noch ich es vernünftig. Muss ich danach nämlich nicht nochmal laden. Das sieht aus wie Blut. Ich muss dieses Nest hochjagen. Ich muss dieses Nest hochjagen. Ja, wie denn? Ich muss dieses Nest hochjagen. So. Brauche ich dafür Bomben. Wäre jetzt meine Frage. Ich muss dieses Nest hochjagen. Muss da wirklich eine Bombe reinschmeißen, oder? Ich muss dieses Nest hochjagen. Irgend? Ne? Ich will meine Bombe dafür nicht verschwinden. Oh, ganz hin. Bist du aber hässlich. Oh, ja. Ich kriege mich nicht selber vergiftet, hey. Okay, das muss ich ja googeln. Dann mache ich jetzt erst mal einen anderen Kran. Muss ich doch nochmal neu laden. Tut mir leid. Verdammt. Das kommt davon, wenn man sich die Sachen auf Englisch aufschreibt. Was haben wir denn jetzt noch zu tun? Ich habe ja hier noch ganz viel zu tun. Ja, das kommt auf jeden Fall noch. Neckar. Ah, die Zugänge zum Neckar-Tunnel. Ne, dafür brauche ich ja auch Bomben. Muss ich mir ja herstellen lassen. Ne, Quatsch. Die konnte ich so selber machen. Was ziehe ich denn? So, gucke ich schnell. Moment. Schnell, 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 schnell. Bombe. Bomben. So, The Witcher 2 Bomben. Es kann eigentlich nur Teufelsbewusstsein. Es ist Teufelsbewusstsein. Ich soll mich damit selbst vergiften. Schnell mal in die Charakterentwicklung gucken. Moment, tut mir leid. Talente. Talente? Ne. Fertigkeiten. Das muss ja jetzt das hier sein. Nö. Wie heißen die denn? Oh Gott. Ne. Doch. C. Fertigkeiten. Was soll denn das? Toll. Das hilft mir nicht weiter. Moment. Witcher 2. Ne, ich wollte ja noch irgendwas anderes nachgucken. Moment, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ähm. Mich selbst vergiften und? Fuck, was soll ich... Ach ja. Witcher 2. Mungo. Okay, das hilft mir auch nicht weiter. Gut, ich habe es jetzt. So, weiter geht's. Also ich muss mich mit diesem Scheiß... David's Puffball, heißt ja nämlich im Englischen, vergiften. So, jetzt habe ich mir immer noch nichts hergestetigt. Ich trotte. Achim. Ich gehe mal davon aus, dass es Dachs ist. Ja, stimmt. So, Bomben. Habe ich anscheinend nur eine. Ne, Samum habe ich noch. Was ist ein Samum? Lähmungsbombe. Roter Nebel. Gas. Gas, was ich anzünden kann, ja. Völkers Blut. Dachs braune Brandung. Machen wir Teufelspuffist. Machen wir mal. Ne. Machen wir noch 5. Ich darf es mir machen 10, falls es... Irgendwann per Zufall mal klappt. Das Ding ist halt... Es geht nur gegen Gegner, die nicht gegen Gift immun sind. Und wenn Gerard... Gerard ist natürlich als Hexer wahrscheinlich gegen Gift immun. Schön auch. Habe ich mich jetzt getroffen oder vergiftet, ist die Frage. Ich bin offensichtlich nicht vergiftet. Jetzt bin ich vergiftet. Ah, toxisches Blut. Läuft. Kommt sich doch Bomben reinwerfen. Ich muss dieses Nest hochjagen. Wie? Ich muss dieses Nest hochjagen. Jetzt gucke ich mal. Ich brauche wahrscheinlich unten eine Sprengbombe. Damit kann ich nicht zielen. Not cool, man. Komm doch. Okay, aber das hilft mir auch nicht weiter. Das ist tatsächlich gerade das Problem. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Ich benutze den Tränken nochmal. Das ist ein Dachs. Ist ein Dachs sowas wie ein Mungo? Trankwirkung. Trankwirkung. Die Wirkung eines konsumierten Tranks enden nach einer bestimmten Dauer. Auch durch Meditation lassen sie sich bänden. Wenn ein Trank... So schnell kann ich nicht lesen. Das könnte aber natürlich noch Manguste sein. Und sonst? Das Bits ist es glaube ich nicht. Erpel kann es auch nicht sein. Witcher. Zwei. Ah, hier. Training heißt das. Ne, heißt das gar nicht. Das laufe ich. Hä? Ich verstehe halt nicht. Bringt mir nichts. Charaktermerkmale. Boah, diese Seite ist so schweinelangsam. Gewissen Fertigkeiten. Mann. Jetzt habe ich es. Ich habe es. Ich habe es geschafft. Oh, diese Internetseite. Egal. Wie mache ich diese scheiß Tunnel zu? Ist jetzt die Frage. Wolle ich doch eine Sprengbombe? Warte mal. Ich lad mal einen vorher. Hier. Wir haben einen Teufelsbewissen gebaut. Damit kann ich leben. Exorzist. Ne, Halterase. Ne, auch nicht. Falscher. Halte, warte. Nein, nein. Nein. Manguste. Okay. Es ist nicht der Mongotrank. Und Teufelsbewissen haben wir ja. Ist ja alles richtig. Jetzt haben wir besiegt. Gut, dann müssen wir uns ja nur mit dem Teufelsbewissen vergiften. So, tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat. Ich habe mich schon wieder vergiftet. Ich habe mich schon wieder vergiftet. Gott, ist das ätzend. Okay, nächster Versuch. Tut mir leid, aber wir haben es gleich. Wir haben es ja gleich. Ich will halt nichts verschwenden. Ihr kennt mich. Lichter, Messer. Geh recht, jetzt vergifte dich endlich, du Sau. Ist das ätzend. 21 Uhr ist das schon. Und ich verbringe gerade 50 Minuten mit Bombenwerfen, was nichts bringt. Jetzt habe ich es noch nach vorne geworfen, weil ich zu ungeduldig war. Es tut mir wirklich leid, aber ich will meine Trades haben. Das hier ist alles nass. Ich kriege null Schaden, weil ich irgendwie durch Rüstung vier Schaden geblockt habe, die ich sonst bekommen hätte oder so. Kann das jetzt bitte endlich mal funktionieren? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich kann durch, if you believe it. Der Typ vergiftet sich nicht. So, letzter Versuch, sonst baue ich mir wieder fünf Dinge.